Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen RP-Glitch zeigen. Da Roxa ja zur heutigen Eventwoche auf die Pioti-Pflanze wieder ins Spiel gebracht haben, gibt es wieder den ultra krassen RP-Glitch, wo ihr für jedes Mal, wo ihr die Pioti-Pflanze fresst, jedes Mal 5000 RP bekommen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einfach nur einen Freund, der sich in einer öffentlichen Sitzung befindet und der Freund sollte sich in einen Job für einen Titan begeben. Ja, begibt euch dann einfach zu einer Pioti-Pflanze, wo ihr eine findet, kann ich euch gerade mal auf der Map zeigen. Begibt euch einfach zu Pioti-Pflanze hin, stellt euch einmal davor. Nun müsst ihr dann einmal eurem Freund beitreten, der im Job für einen Titan drin ist. So, die Teilversitzung werden abgerufen. In dieser Meldung bleiben wir jetzt drin. Jetzt drücken wir einmal Steuerkreuz nach rechts, warten zwei bis drei Sekunden und treten dann unserem Freund bei. Wir drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts, um die Pioti-Pflanze zu fressen. Eins, zwei, drei. Dem Freund beitreten. Dann können wir den Job auch ganz einfach wieder verlassen. So, wir haben jetzt die 5000 RP bekommen und die Pioti-Pflanze ist wieder da. Ich kann es euch jetzt nochmal demonstrieren. Guckt euch einfach meine RP an, merkt euch die letzten vier Zahlen, das sind 8950. Ich stelle mich wieder zur Pioti-Pflanze hin. Dann wieder dem Freund beitreten. So, und jetzt dasselbe Spiel wieder. Wir drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts. Also ihr merkt, dass euer Controller jetzt am Vibrieren ist. Ich drücke jetzt Steuerkreuz nach rechts, um die Pioti-Pflanze zu fressen. Und warte dann wieder zwei bis drei Sekunden und dann einfach dem Freund wieder beitreten. Also ich drücke jetzt Steuerkreuz nach rechts. Eins, zwei, drei. Freund beitreten. So, sind wir dann im Jobmenü angekommen. Können wir den Job einfach wieder verlassen. Und ihr seht oben schon, wir haben wieder die 5000 RP bekommen. Und ja, Leute, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit immer so weitermachen. Ich kann es euch jetzt noch einmal ganz kurz demonstrieren. Gehen wir nochmal da hin. Wieder auf Options, Online. Dann wieder dem Freund beitreten, der sich am Job für einen Titan befindet. Wie gesagt, er sollte auf jeden Fall dann sich in einer öffentlichen Sitzung befinden, so dass ihr ihn auf jeden Fall auch beitreten könnt. So, das Spiel beitreten, warten wir wieder, bis die Details der Sitzung abgerufen werden. So, jetzt drücken wir wieder Steuerkreuz nach rechts. Eins, zwei, drei, X. So, und einfach den Job wieder verlassen. Und wieder 5000 RP bekommen. Ja, wenn das mal kein geiler RP-Glitch ist, Leute. Nutzt den auf jeden Fall auch, solange er noch geht. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall noch die komplette Eventwoche funktionieren. Das heißt, bis nächste Woche Donnerstag. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.